Das Bundesfinanzministerium plant den direkten Steuerabzug von 25 Millionen gesetzlichen Renten. Massive Rentenkürzung wäre die Folge. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Meine Damen und Herren, ich hatte schon im Oktober 2023, ich zeige es Ihnen mal ganz kurz, zu diesem Thema ein Video gedreht. Und zwar direkter Abzug von Renten als Quellensteuer vorgesehen. Meine Damen und Herren, damals habe ich mich mehr oder weniger auf bestimmte Aussagen des Gewerkschaftschefs der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzämter bezogen. Der Herr Köbler hat, junger Kerl, eine solche entsprechende Quellensteuer auf die gesetzliche Rente damals gefordert. Das Bundesfinanzministerium hat im Jahr 2023, das wissen Sie, zwei Kommissionen eingerichtet. Unter anderem eine Kommission für eine bürgerfreundliche Besteuerung deren Einkünfte. Und dort soll die Quellensteuer auf die Rente eine extreme oder eine wichtige Rolle spielen. So, aber meine Damen und Herren, ich habe Ihnen auch noch mal was anderes herausgesucht. Ich werde das Video, was ich damals gedreht habe, auch in diesem Video hier noch verlinken. Ich habe noch mal was anderes rausgesucht, dass das also hier kein heißer Kaffee ist oder dummes Zeug ist, was wir erzählen, sondern die Bundesregierung hat, meine Damen und Herren, im Jahr 2022, ich mache das mal ein bisschen größer, auf Anfrage, auf Kleine Anfrage der CDU-CSU-Fraktion unter der Bundestagsdrucksache 20-1820, dann am 10.06.2022 eine Antwort gegeben zu dem Thema, ob eine Quellenbesteuerung von Renten kommen kann, ob das sinnvoll sein kann. Und die Bundesregierung hat klipp und klar gesagt, ja, perspektivisch ist das sinnvoll. Es ist ein Schritt zur Weiterentwicklung der Besteuerung von Rentnerinnen und Rentnern. Meine Damen und Herren, Sie können sich die Antwort der Bundesregierung hier mal durchlesen, und zwar unter der Bundestagsdrucksache 20-2103. Und dort hat die Bundesregierung unter dem Punkt 8 Folgendes geantwortet. Da hat die CDU-CSU gefragt, beabsichtigt die Bundesregierung einen Quellensteuereinbehalt auf Rentenzahlung einzuführen, falls ja, wie viele Rentner würden davon betroffen werden und so weiter. Und die Bundesregierung hat die Fragen 8 bis 8c gemeinsam beantwortet. Eine Ausweitung des Quellensteuereinbehalts auf Rentenzahlung könnte perspektivisch ein sinnvoller Schritt sein hin zur Weiterentwicklung der Besteuerung von Rentnerinnen und Rentnern. Ob ein Quellensteuerabzug auf Leibrenten, vielleicht auch auf andere Leistungen, die aus den gesetzlichen Rentenversicherungen, der Landwirtschaftlichen Alterskasse, den berufsständischen Versorgungseinrichtungen aus Basisrentenverträgen gewährleistet werden, einen signifikanten Vereinfachungs- und Entlassungseffekt mit sich bringt, hängt von dem dazu gewählten Modell und der konkreten Ausgestaltung ab. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich das durchlesen, dann ist doch völlig klar, dass die Bundesregierung federführend mit dem Finanzminister Lindner, der ja zum Jahr 2022 definitiv schon Finanzminister dieser Bundesregierung gewesen ist, dass der eine solche Quellenbesteuerung plant und sie auch einführen würde wollen. Meine Damen und Herren, warum ist das so? Was steckt denn eigentlich hinter diesem Begriff Quellenbesteuerung? Was haben wir eigentlich für ein Problem in Deutschland mit der Einführung der nachträglichen oder der nachgelagerten Besteuerung? Also, kommen wir mal zu diesem Problem. Wir haben in Deutschland bestimmte Arten des Steuereinzugs. Da gibt es eine sogenannte Amtsbesteuerung und darunter fallen zum Beispiel alle Lohnsteuerempfänger. Das heißt also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Lohnsteuer zahlen müssen. Das heißt, der Arbeitgeber rechnet für das Finanzamt, das müssen Sie sich mal vorstellen, der macht das für das Finanzamt, rechnet für das Finanzamt aus dem Bruttolohn die Lohnsteuern ab. Oder aber die Kapitalertragssteuer. Die Kapitalertragssteuer ist eine Quellensteuer. Das heißt also, die Banken, Versicherungen und andere Institutionen, die angelegtes Geld der Sparer verwalten, die führen von den Gewinnen, die daraus erwirtschaftet werden, pauschal 25 Prozent Kapitalertragssteuer über einen bestimmten Freibetrag natürlich erst dann an das Finanzamt ab. Meine Damen und Herren, das ist eine Quellensteuer. So, und genau eine solche Quellenbesteuerung soll es auch für alle Rentnerinnen und Rentner geben. Das ist das erklärte Ziel der Bundesregierung. Denn die Bundesregierung, ich zeige es Ihnen nochmal, hat sich hierzu ganz klar geäußert und hat gesagt, ja, wir würden das auch fortentwickeln. Wir würden einen Quellensteuerabzug auch für richtig halten. Es muss nur noch das Modell und die Art der konkreten Ausgestaltung muss noch praktisch entwickelt werden. Darüber muss noch nachgedacht werden. So, und genau das, meine Damen und Herren, bitte hier gucken Sie nochmal in die Anfrage rein, in die kleine Anfrage der CDU-CSU in der Bundestagsdrucksache vom 30.05.2022, 20-21-03. Und dort hat die Bundesregierung zu diesem Thema ein Statement abgegeben. Das hat ja der Finanzminister sicherlich auch aufgegriffen und wird daraufhin dann auch die entsprechenden Vorlagen dazu entwickeln. Und in dieser Expertenkommission, bürgernahe Einkommenssteuer, bürgernahe Besteuerung, sitzen auch Menschen, die direkt mit Besteuerungsfragen zu tun haben, nämlich zum Beispiel der Chef der Steuergewerkschaft, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Finanzamtes, der Finanzämter, das sind 120.000 Mann. Und der sagt, klipp und klar, der sagt Folgendes, wir müssen an, es müssen alle Rentnerinnen und Rentner müssen Steuern zahlen und ausrechnen muss das die Rentenversicherung. Quasi wie ein Arbeitgeber rechnet die Rentenversicherung aus den Renten der gesetzlichen Rentner, das sind 25 Millionen, das muss man sich mal überlegen, das ist eine gigantische technische Herausforderung. Ich weiß gar nicht, wie die Rentenversicherung das schaffen soll. Also auf aktuellen Stand kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass sie das überhaupt können. Das hat aber einen anderen Grund. Und dann wird die Rentenversicherung aus der Proto-Rente, wenn diese Proto-Rente den entsprechenden Wert oder dann einen bestimmten Wert erreicht, der ein zu versteuerndes Einkommen erreicht, das über den Grundfreibetrag liegt, wird dann aus dieser Proto-Rente den steuerpflichtigen Anteil dann monatlich abführen. Das würde bedeuten, meine Damen und Herren, dass ihre Nettorenten, wenn sie schon mit Kranken- und Pflegebeiträgen belastet sind, dann noch mit einem Steuerabzug belastet werden. Das heißt also, sie kriegen monatlich weniger Nettorente. So, das würde bedeuten, dass sie monatlich weniger Einkommen haben. Für die Finanzämter, meine Damen und Herren, bedeutet das aber, dass die sozusagen oder der Staat, Finanzminister Lindner, jetzt als Vertreter der Finanzverwaltungen, der kriegt von ihnen allen ein zinsloses Darlehen. Denn der Rentenbesteuerungsabzug, die Quellenbesteuerung, ist ja nichts anderes als eine Vorauszahlung auf Steuern, die ja effektiv eigentlich erst im Folgejahr festgestellt werden können mit einer Steuererklärung. So, und der ganze Grund, warum der Gesetzgeber die Quellenbesteuerung für Renten einführen will, ist ein ganz einfacher. Es ist ein ganz, ganz simpler, einfacher Grund. Erstens, wir haben die nachgelagerte Besteuerung. Immer mehr Menschen mit Renten werden Steuern zahlen. Also die Jahrgänge, die im Jahr 2024, 2025 bis 2030, 2040 in Rente gehen, deren steuerpflichtiger Anteil steigt. Ja, wir haben jetzt schon einen steuerpflichtigen Anteil im Jahr 2024, ich glaube von 82,5%. Der ist ein bisschen abgesunken durch dieses neue Gesetz, was der Lindner da eingeführt hat. So, aber im Kern ist es so, die Leute, die 2005 in Rente gegangen sind, die hatten noch einen steuerpflichtigen Anteil von 50%. Die müssen sich natürlich heute relativ wenig Sorgen darüber machen, ob sie Alterseinkünfte, also Renten, besteuern müssen. Aber diejenigen, die jetzt in Rente gehen oder in zehn Jahren in Rente gehen, die müssten Steuererklärungen machen. Und meine Damen und Herren, und genau das ist das Problem. Die Finanzämter sind aus personellen Gründen nicht mehr in der Lage, Steuererklärungen in dieser Masse, die dann kommt, abzuarbeiten. Das schaffen die einfach nicht mehr, weil Finanzämter genauso wie alle anderen Behörden unter akuten Personalmangel leiden. Und es gibt letztlich auch Hinweise darauf, dass die Finanzbehörden in den nächsten zehn Jahren 30% ihrer Mitarbeiter verlieren werden, und zwar aus demografischen Gründen. Die gehen einfach in Rente. So, das ist das eine. Und das andere ist auch ein Problem. Viele Rentnerinnen und Rentner in Deutschland, die jetzt in Rente gehen oder die schon in Rente sind, die haben von dem Begriff Steuererklärung offensichtlich noch nichts gehört. So, und die gehen da ein bisschen sorglos damit um. Und Finanzämter haben die unangenehme Eigenschaft, dass sie sich den ein oder anderen von Ihnen raussuchen und dann sagen, mach doch mal eine Steuererklärung, mein lieber Rentner. Und dann fallen sie in das Bodenlose und sagen, wie kann denn das sein? Wieso muss ich eine Steuererklärung machen? Und dann noch für fünf Jahre rückwirkend. Und dann stellt sich heraus, meine Damen und Herren, dass sie auf einmal steuerpflichtig sind. Sie müssen Steuern zahlen. Und dann sind das eben 5.000 oder 6.000 Euro, die sie nachzahlen müssen. Und das Geld haben sie dann nicht. Und genau aus diesem Grund, um genau dieses Szenario, was ja dann möglich, was ja immer mehr wird, es werden immer mehr Leute sozusagen zur Besteuerung aufgefordert. Auch in meinem Bekanntenkreis ist das jetzt schon Leuten auf die Füße gefallen und die haben nicht schlecht gestaunt, als das Finanzamt gekommen ist. Er hat gesagt, Leute, jetzt wollen wir mal für fünf Jahre rückwirkend die Steuern haben von euch oder zumindest eine Steuererklärung haben. Und deshalb, genau aus diesem Grund, um das zu vermeiden, soll eine Quellenbesteuerung eingeführt werden, weil dann wird nämlich jeden Monat von ihrer Rente, von ihrer Brutto-Rente, wird dann die entsprechende Lohnsteuer oder Einkommenssteuer oder Rentensteuer, wie auch immer sie das Ding nennen, dann abgezogen werden, soweit sie steuerpflichtig sind. Meine Damen und Herren, das Interessante bei der ganzen Geschichte ist, dass ja diese Quellenbesteuerung, die Höhe der Steuern, die voraussichtlichen Steuern, das sind ja immer nur voraussichtliche Steuern, weil die eigentliche Besteuerung wird ja dann immer ein Jahr später festgestellt, wenn der Rentner oder die Rentnerin dann eine Steuererklärung abgeben würde, ich komme gleich noch dazu, ob das dann notwendig ist, dass dann sozusagen die deutsche Rentenversicherung und die Rentenversicherungsträger im Grunde genommen, die das große Problem haben, aus den Renteneinkünften dann die Besteuerung und den Besteuerungsanteil wie ein Arbeitnehmer festzustellen haben. Und wie die das machen wollen, das hatte ich ja schon eingangs erwähnt, ist mir schlicht und ergreifend ein Rätsel. Also der Stand der Technik bei der deutschen Rentenversicherung ist ja nun nicht gerade der neueste. Und die haben genauso wie alle anderen auch Riesenprobleme, dort die Dinge so sauber abzuwickeln, wie sie abgewickelt werden müssten. Also im Rentenrecht gibt es ja da auch schon ganz schöne Probleme. Denken wir doch bitte mal nur alleine an die Zuschlagslösung bei Erwerbsminderungsrenten. Die stand ja sozusagen quasi auf der Kippe, weil die Rentenversicherung nicht in der Lage war, das Gesetz, das sogenannte Erwerbsminderungsrentenverbesserungsbestandsgesetz vom 28. Juni 2022 umzusetzen und zwar zwei Jahre Zeit zum 1.7. 2024. Da hat man jetzt so eine Art Behelfskrücke genommen und hat der deutschen Rentenversicherung nochmal bis Dezember 2025 Zeit gegeben. Ja, meine Damen und Herren, das ist also wirklich ein ganz, ganz heißes Thema. Wir, ich kann Ihnen einfach nur eins sagen, ich glaube, dass die Quellenbesteuerung für Renten kommen wird. Wir warten jetzt mal bitte die Erklärungen der Kommission für eine bürgernahe Besteuerung ab. Die soll ja im Sommer 2024 dann dem Finanzminister entsprechende Vorschläge machen. Sollte es tatsächlich zu einem solchen Vorschlag kommen, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Bundesregierung einen solchen Vorschlag umsetzen wird. Denn eines können Sie glauben, last but not least, das soll das Letzte sein zu diesem Thema. Wenn es zu einer Quellenbesteuerung kommt, dann ist das wie, als wenn Sie auf einem Erdölbohrloch sitzen. Ja, das heißt also, der Bundesfinanzminister sitzt auf der Quelle der Steuereinnahmen aus Renten und die werden dann im gigantischen Maße sprudeln. Ob zu Recht oder zu Unrecht ist dann erstmal noch eine völlig andere Frage, weil das müsste dann letzten Endes durch eine entsprechende Besteuerung der Rentnerinnen und Rentner bei einer Steuererklärung dann noch festgestellt werden. So, die Quellenbesteuerung soll eigentlich dazu führen, das wäre das Novum, dass Rentnerinnen und Rentner als Entlastung für die Finanzämter keine Steuererklärung mehr abgeben müssen. Ob das dann wirklich, wirklich so kommen wird, ob sich Rentnerinnen und Rentner das gefallen lassen und sagen, okay, das, sie nehmen mir zwar von meiner Rente die Steuern schon weg, als Vorab, also als Vorabeinnahme, als Quellenbesteuerung, wie eine Lohnsteuer vom Lohn, aber ich möchte natürlich in einer Steuererklärung für das Folgejahr dann meine absetzbaren Kosten noch dagegen rechnen und dann hat das Finanzamt genau das gleiche Problem, wie sie heute auch schon haben, sie kommen schlicht und ergreifend mit der Personalstruktur und auch mit der Struktur der Digitalisierung nicht mehr klar und schaffen ihre Arbeit einfach nicht mehr und das ist das ganz große Problem. Also meine Damen und Herren, harren Sie der Dinge, aber ich gehe davon aus, dass das Bundesfinanzministerium hier eine Quellenbesteuerung der Renten plant und auch, wenn es das grüne Licht bekommt, einführen würde. Das sagt uns nochmal ganz klar die Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage der Fraktion der CDU, CSU, Bundestagsdrucksache 20-1820 vom 30.05.2022. dort hat die Bundesregierung ganz klar gesagt, wir wollen Rentner von den Steuererklärungspflichten entlasten, dafür würden wir aber dann eine Quellensteuer auf die Rente einführen, also quasi eine Art Lohnsteuerabzug auf die monatliche Bruttorente. Näheres, meine Damen und Herren, zu diesem ganz heißen brandaktuellen Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche in der Hoffnung, dass ich Ihnen damit keine Angst und Schrecken eingejagt habe, aber auf solche gesetzgeberischen Dinge müssen Sie sich einrichten. Der Staat braucht Geld und deshalb ist die Masse der Rentner 25, über 25 Millionen Rentenbeziehende oder ja, Rentenbeziehende ist natürlich eine Riesenquelle, wo man Geld kassieren kann. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.